Hi, ich bin Anna von Powerslide und ich zeige euch heute, wie man die neuen Vice Skates ganz einfach an die eigenen Füße anpassen kann. Alle unsere Vice Skates kommen mit einem 100%ig thermo verformbaren MyFit Fatboy Innenschuh. Durch diesen neuen Innenschuh bekommt man mit wenigen Handgriffen perfekt passende Inlineskates. Ich zeige das jetzt am Beispiel von unserer federleichten Vice Light Pure Modell. Man braucht nur die MyFit Fatboy Liner Innenschuh und einen Ofen. Man nimmt einfach den Innenschuh aus dem Skate und den Einlegsohle aus dem Innenschuh heraus. Dann stellt man den Innenschuh für 10 Minuten in einen ca. 80 Grad Celsius vorgehetzten Ofen. Jetzt kann man den Innenschuh aus dem Ofen nehmen und den Einlegsohle wieder in den wärmen Innenschuh schieben. Jetzt kann man den Innenschuh wieder in den Skate stecken und anschließend den Skate anziehen. Nun schließt man den Vice Skate so eng wie möglich mit den Schnalle und den ATOP 360 Grad Verschlusssystem, bleibt mit angewinkelten Beinen sitzen, mit den Knien oberhalb der Zehenspitzen, während sich die Leine abkühlt und wieder fest wird. Das Ergebnis ist ein perfekt passender Innenschuh und ein extrem bequemes Skaterlebnis. Bei Bedarf kann dieses Prozess so oft man möchte wiederholt werden. Viel Spaß beim Skaten!